Moin moin, willkommen zurück zu Icarus. So, heute wollen wir doch mal die Mission starten, aber bevor ich loslaufe, hier nochmal ein Kommentar vom RCK. Willkommen auf Prometheus, da hast du ja einen Traumstart hingelegt. Meiner war nicht ansatzweise so gut wie deiner. Werde dich wie gut begleiten. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, dass du mich begleitest hier auf meinen Weg. Und ja, der Start kann ich mich natürlich nicht beklagen, da war gut. Wie es deiner ausgesehen hat, weiß ich nicht, aber anscheinend, wie sie anhört, natürlich etwas schlimmer. Er schreibt noch dazu, kleiner Tipp am Rande, Kupfer ist das neue Gold. Verschwende das nicht an Kupfernägel, wenn es nicht sein muss. Oh, okay. Das Kupfer ist das neue Gold hier. Na, da bin ich mal gespannt. Eigentlich schade, weil ich wollte die Hütte hier eigentlich in diese Zimmermannsholz hier machen, wo man natürlich sehr viel Kupfernägel braucht. Aber da werde ich wahrscheinlich erst mal umschwenken auf Steine oder so, ne? Macht ja nichts. Jetzt muss ich erst mal gucken auf der Map da unten. Also ich muss jetzt hier erst mal ziemlich weit laufen. Ein Starkring zieht auf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier rüber, ne? Also einfach hier um den Felsen rum. Ah, das ist jetzt aber blöd. Naja, gut, dann gehe ich nochmal kurz meine Sachen aufhüllen. Eigentlich wollte ich ganz gerne jetzt lostackeln. Jetzt muss ich warten, bis der Sturm sich legt. Hm. Was machen wir denn in der Zeit? Achso, sollte ich vielleicht auch... Ich meine, gut ist, dass das Ding hier sich auffüllt, ne? 8, 16 Liter jetzt, ne? Das ist eigentlich ganz okay. Okay, okay. Puh. Ja, gut, da hinten kommt der Sturm. Wenn der vorbei ist, dann kann ich rauslaufen, ne? Was haben wir denn hier z.B.? Wir haben jetzt noch 45 Eile. Das behalte ich. Machen wir mal ein 100er Päckle Knochenmäe schon mal. Das ist doch schon mal ganz akzeptabel. Ich brauche da eigentlich mal zwei. Ja. Gut, das hier, Prototyp-UDL-Kommunikationsverbesserung. Ich glaube, den lege ich jetzt hier einfach mal kurz in die Werkbank rein. Der war jetzt noch mehr Daisy ein bisschen retten. Ich hoffe, mein Messer reicht für die Mission. Und sonst habe ich ja noch eine Spitzhacke und eine Axt, ne? Genau, das könnten wir eigentlich auch dann machen. Die Axt noch mal reparieren. Das ist gut, ne? Ja, das ist nur ein kleiner Sturm. Und wenn der Sturm vorbei ist, dann ziehen wir los. Dann gucke ich in der Zeit noch mal. 12.12 Uhr. Ja, und wenn es nachher in die Nacht reingeht, dann ist das so, ne? So, der ist fertig. Gold kann man ja hier nicht machen. Kupfer habe ich ein bisschen. Gutes Eisen. Auch noch ziemlich viel, was ich dann so machen muss. Ähm, das wird aufgefrischt. Haben wir da noch drinne. Da haben wir noch das Essen drinne. Was verderben tut. Okay. Leder. Hier haben wir noch ein paar Stöcker. Ah ja, guck mal, was? Dann machen wir mal die Stöcker. Doch mal hier rüber. Mal gucken, wie stark der Sturm wird, ob ich hier reparieren muss oder nicht. Ja. Komm, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Schön festhalten. Das macht sich... Jetzt wird's... Und du Daisy, ich komme zu dir. Ich wäre ja schon losgelaufen, Daisy. Aber der Sturm kam dazwischen. Bitte verzeihen mir. Na, dann trinke ich halt nebenbei noch was. Ein eingehender Sturm. Na doch, da kommt Schaden. Aber jetzt eher auf der anderen Ding, ne? Jetzt bei mir, da. Oh, oh, oh. Ja, war eine kurze Sequenz hier, ne? So. Okay. Leute, dann lass uns mal loslaufen. Weil das wird da schon wieder... ein bisschen lichter. Ah, meine Tomatensuppe einmal kurz essen. Da hinten sehe ich schon die Sonne. Ja, perfekt. Na dann, auf geht's. Auf geht's. Oh, dann werden wir mal gucken, was uns bei Daisy denn erwartet, ne? Ich denke, wenn wir sie retten sollen, dann wird da auch wahrscheinlich vermutlich ein Vieh sein. Was wir dann erstmal töten müssen. Und dann mal gucken, wo wir sie denn hinbringen. Na, 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 na. Ich hab ja alles soweit dabei. Sauerstoff aufgefüllt. Trinken aufgefüllt. Müsste eventuell für hier reichen. Muss ich nochmal kurz gucken, laufe ich in die richtige Richtung. Ja, hier gerade durch. Da einmal gerade durchfliegen. Ähm, ja, wäre ich sehr gern. Was für ein Sturm, hier, ne? Okay, den lasse ich jetzt liegen, weil ich muss jetzt mein Messer aufbewahren. So gut es geht. So, wo geht's denn hier runter? Hallo? Ich hebe das Messer jetzt auf. Da. Dann sind wir da und dann genau hier einmal drüber da hinten. Die Erhöhung, ne? Gucken, ob wir jetzt hier rüberkommen. Oh Gott. Sieht aber nicht gut aus. Ich wollte jetzt nicht um den ganzen See einmal rumlaufen. Aber das werde ich anscheinend... Oh Gott. Müssen, ne? Ja, komm, dann lauf nur um den See rum, ne? Oder... Ne, guck mal, ich schwimme da hinten hin. Keine Kokos da? Ja, keine Kokos da. Man ist natürlich im Schwimmen. Leider nicht ganz so schnell, ne? Aber ich glaube, das ist immer noch angenehmer. Ach, guck mal hier. Hier kann ich wieder rauf. Super. Das ist immer noch die erste Mission hier. Ja, das war nicht nur der Tomatensaat, den wir anpflanzen soll. Das ist immer noch die erste Mission. Oh, hallo, Daisy. Daisy, ich komm zu dir. Ah, warte mal, da oben ist so ein Dreieck auf meinem Kompass. Ah, das müsste der sein. Das ist immer noch kurz. Das muss ein Gefecht setzen. Oh, Daisy, ich komme. Hab's nicht mehr weit. Oh, ist auch geil, ne? Rette, Daisy. Die wartet. Die wartet, bis ich da bin. Und wenn ich in 100 Tagen erst ankomme. Die wartet. Okay. Das müsste Daisy sein. Hallo, Daisy. Führer und schütze Daisy auf den Weg zurück zu Ihrem Besitzer. Oh, gehen Sie zur Besitzerbasis. M. Oh, da müssen wir bei uns. Puh, okay. So, Eigentum beanspruchen. Zack. Daisy. Bitte folgen. Oh, halt. Jetzt müssen wir mal das nochmal gucken. Hey, 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 hey. Jetzt fang doch nicht jetzt schon an. Hey. Okay, komm. Komm, Daisy. Lass uns laufen. Ein bisschen schneller, ja? Boah, wird von Drex angegriffen. anscheinend auch ganz schön viele weil sie haben einen kleinen marsch vor uns okay wir müssen noch mal da hinten hin oder kommt bei den nächsten hochgestuft oder kann ich aber gut leveln hier war ja wir müssen hier runter daisy tut mir echt leid dass wir da lang gelaufen sind aber wir müssen jetzt drunter du hast du hast du hast nichts zu suchen hier 1411 ja da war auch schon ein bisschen weißerchen bekommen na du oder brauche ich aber gut verbände hier bei den viechern na komm daisy dann lass uns weiter schade der ist weg eigentlich schon ganz schade um die ganzen knochen die da sind aber guck dir mal wie viele hier kommen da hast du gar keine zeit großartig die zu zerfleischen oh verdammt ich habe ja schon ordentlich schaden bekommen hätte ich vielleicht das andere essen noch mitnehmen sollen du dreckssocke die machen wir schon ordentlich schaden die frage ob ich das denn auch schafft alter gesundheit niedrig ja das ist mir schon klar oha das ist gar nicht mehr so ich hätte diese mission ja schon mal gemacht aber ich habe die gar nicht so brutal in erinnerung gehabt oh ja der war gut der war gut oh ja komm daisy ein bisschen auf abstand halten wir die viecher gott na daisy vorsicht hier kommt daisy 1300 ok weiter daisy tomatensuppe essen oh daisy warte ok weiter daisy hat noch 1100 das ist ganz okay jawohl sauber abgeschossen oh nein schon wieder so eine klippe oh fuck oh ne jetzt muss ich erstmal gucken wie ich hier rüberkomme sauber sauber die tracks haben wir mal ordentlich auf sie abgesehen ne das ist schon wahnsinn so wir müssen da hinten rüber wie weit sind wir noch entfernt um gott das ist noch eine ganz schöne ecke ne oh ha noch so ein gefährliches biest achso ne ne du warst nicht dafür gedacht ok 20 pfeile habe ich noch da tiii sauber ich glaube wir müssen noch eine stelle finden wo ich darüber kann dann kommt der nächste und hinter mir auch jetzt weg mit der naja da ist noch ein trick die wollen hier ganz schön was auf dem arsch haben ne oh die laufen ein bisschen oh da kommen sie da kommen sie jawohl sauber ok daisy komm mit komm mit kleine dann müssen wir da irgendwie rüber muss nochmal schnell was essen ich glaube der nächste kommt auch schon hier hier daisy hier hier kommen wir rüber da kommt schon der nächste sehr schön ok daisy komm noch einer aber schon zwei level gemacht wir sind aber bald am ziel daisy äh shit ok und jetzt ach warte mal wir müssen da irgendwie rüber wo ist denn hier der nächste aufgang daisy kommst du da rüber ich glaube nicht na jawohl nächster punkt oh jetzt wird es ne daisy du kommst da nicht rüber na komm mal mit vielleicht kriegst du ja da hinten irgendwo irgendwo ein plätzchen wo du dann doch mal mit hochkommst da ist der nächste drag oh yeah oh yeah hier wirst du bestimmt irgendwo hochkommen ne weil wir könnten auch einfach durchs wasser schwimmen da haben die vielleicht einfach ein bisschen weniger chancen na komm schaffst du kommst du irgendwann hoch oder da sind schon zwei stück na na daisy kommst du komm 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 naja naja guck mal die kommen schon angeschwommen da war schnell die biester naja aha okay drag dich erwartet okay ja der drag kam irgendwo da hoch ah guck mal da hinten ist es spätestens da hinten kommt sie hoch das ist gut naja lass uns mal da rüber laufen guck mal hier kann sie dann kann sie hoch trappeln und da hinten sehe ich mein ziel ist gar nicht mehr weit daisy aber du hast da ganz schön was am arsch kleben so daisy komm 890 hast du noch wunderbar dich krieg ich auch ja das ist hier die schnitzel mittel paradies ein koko ein level 32 koko oh nein alter 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 ausdauer verbraucht scheiße scheiße das beißt mir gleich in den arsch oder oh gott gesundheit niedrig nein ich werde sterben also kurz vor dem ziel ich glaube ich werde die daisy verlieren oh gott das war aber noch nie so gefährlich oh jetzt komm schnell komm schnell komm schnell die daisy hat fast kaum noch gesundheit oh gott oh gott oh gott oh gott hier kurz den erscheinungspunkt legen ach du heilig aber daisy ist tot oh shit also wäre da jetzt nicht noch das koko gekommen denn wäre das gar nicht so schlimm gewesen meine daisy ist leider gestorben aber ich glaube ich habe die quest noch vorher erfüllt das war jetzt gerade echt ein bisschen also wow so könntest du jetzt gehen koko so wie die drags die jetzt einfach gerade gehen weil ich brauche gar nicht wieder erscheinen ok ja das ist jetzt schade gelaufen aber es ist halt man brauchen also noch mehr vorbereitung für missionen die drags schlafen da das ist jetzt echt ach schade schade daisy ja aber die wollen auch gerade nicht gehen kusch kusch ja ja das war jetzt zu viel die drags das waren drei drags und ein koko noch dazu pfuh aber es ist ja eh gleich geschafft ne das koko muss halt so ich muss mal ausprobieren ich sehe hier sehr wenig von dir aktuell ich habe kein messer mehr ich habe das koko erledigt ok meine quest ist fertig oder habe ich die quest jetzt abgeschlossen gehabt ich habe das jetzt leider nicht mehr gesehen die verfallenen Überreste das blue black bekannt als daisy ja tschuldigung war jetzt auch so überhaupt nicht geplant was haben wir hier denn ja das packen wir mal ein kann man es auch gar nicht reparieren ne den ambass haben die hier gar nicht auch eine spitzhacke knochen knochen messer da ist ein bisschen eisenerz drin wenn ich mir jetzt nochmal ein bisschen holz besorge was hier definitiv drin ist können wir uns mal kurz eisenbaren machen ähm ja kann man da eigentlich gucken ne kann man nicht gucken ne wegen quest oder so aber ich habe jetzt ne ich glaube die ist abgebrochen worden ich glaube diese quest muss ich nochmal machen vermutlich ganz stark ja ok da rein ja mal das da schmiede gießerei das kann ich gar nicht ja oh ich kann das messer nicht mal reparieren verdammt ne ne ich habe die mission nicht nicht bestanden fällt mir gerade ein weil sonst hätte ich diese rennen nämlich bekommen ja da muss ich mich ein bisschen vorbereiten und ja einfach das nochmal machen ne so das machen wir erstmal hier damit es wieder tags ist ähm ja ich wollte es auch anmachen so schade Daisy ne wir waren so kurz vorm Ziel aber ich muss auf jeden Fall mehr einpacken oh warte mal äh Technikbaum lass uns mal kurz gucken und zwar Heilungssachen Heilungssachen warte mal Karbonpaste Rohstahl Kräuterkunde hier Gesundheitstonikum Lilium Mehl Hefe Baumharten ja ok aber das wäre zum Beispiel mal mal was was wir nebenbei denn schlucken könnten ne bei der Mission um das ein bisschen besser denn zu machen das war halt der erste Fehlschlag aber das macht überhaupt nichts der Fehlschlag ist dafür da um gelernt zu werden und hier die Knochenrüstung weil die Knochenrüstung gibt 14 14 6 warte mal was ist mit der Lederrüstung die gibt 10 10 4 mhm ja dann würde ich mir die Knochenrüstung hier machen ja stimmt hier hat er noch gar keine Rüstung ne und natürlich den Steinmetz so ja definitiv na gut dann muss ich natürlich wieder zurücklaufen und da nochmal das ein oder andere machen warte mal hier war noch Ausdauerregeneration erhöht die Grundgesundheit mhm ja dann gehen wir hier machen wir das da rein ok gut laufe ich zurück wir werden uns nochmal entsprechend vorbereiten etwas besser und werden die Mission einfach nochmal neu machen gell ich kann ja sowieso keine Tiere zerfleischen oder so gut dann müssen wir halt nochmal den Weg laufen das ist ja überhaupt kein Ding die sind auch gerade ja machen wir halt nochmal danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder tschüss das war nicht die nicht die da los die 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 Vielen Dank.